Jetzt hat die Radiowette gewonnen! So schaut, dass ihr jetzt von der Bühne kommt, die Partyband kommt. Red, Bad, Blue nach einer kurzen Umbaupause. Und ihr lasst euch bitteschön gut gehen. Wo sind unsere Reisenden? Ein Wahnsinn! Schaut euch dieses Feuerwerk an, schaut mal. Bayreuther Bürgerfest ist ein Wahnsinn. Nochmal, wir wären gern beim Bayreuther Bürgerfest gewesen. Und viele aus Bayreuth wären gern hier, jetzt in Tirol. Dummerweise ging es nicht, terminlich nicht besser. Aber, schaut euch das an. So, und ein unglaubliches Wochenende neigt sich dem Ende entgegen. Und auch für die Petra, das ist Petra, Petra Schubert. Petra, wie macht's für dich? Absolut genial, absolut genial. Super Wochenende, super Stimmung. Auch die Wanderung war anstrengend, aber hat mich voll gefordert. Und das ist das, was ich brauch. Das ist die Franzi. Franzi, Feuerwerk, heute Abend Abschlussparty hier, Seefest. Das Wochenende mit 550 bekloppten Leuten aus Bayreuth und der Umgebung. Wie war's? Das war einfach spitze. Der geht richtig, der fangt ab hier und das ist echt gut. Also es ist einfach, es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Oh! Danke auch an Markus Spohner und dem Team.